Wir befinden uns mitten im digitalen Wandel. Doch wie sieht ein digitales Freiburg der Zukunft aus? Was können und was wollen wir beeinflussen? Gemeinsam mit Bürgern, Wissenschaft, Wirtschaft und der Verwaltung wird im Projekt Digital.Freiburg eine Digitalisierungsstrategie entwickelt, die zukunftsweisende Entwicklungsfelder behandelt. Hand in Hand werden in verschiedenen Formaten wie Verwaltungs- und Bürgerbeteiligungen sowie in Workshops mit Wissenschaft und Wirtschaft sechs zentrale Themenfelder bearbeitet. Wie kann die Start-up-Kultur in der Region gefördert werden? Werde ich morgen noch gebraucht? Wie können wir in Zeiten von Amazon und Co. eine lebenswerte Innenstadt erhalten? Ist mein Wissen morgen noch etwas wert? Wie lernen wir in Zukunft? Wird Bildung durch Digitalisierung besser? Kann Kultur in digitalisierter Form einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden? Was passiert mit meinen persönlichen Daten? Wie gehen wir im Internet und Social Media miteinander um? Brauchen wir digitale Ethik? Wie schützen wir uns im Netz? Wie verändern Smartphones unsere Kommunikation? Welche Entwicklungen sind uns wichtig? Wie muss unsere Infrastruktur angepasst werden? Wie verändern sich unsere Städte? Wo entstehen Vorteile durch Digitalisierung? Welche digitalen Dienstleistungen sind Freiburger Bürger und der lokalen Wirtschaft besonders wichtig? Wie sieht die Zukunft der Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der digitalen Verwaltung aus? Wie können Anliegen durch die Stadtverwaltung schnell und einfach behandelt werden? zwei Ngäste dringend Eine Vielen Dank.